Ich bin hier zu Hause, das ist mein Zuhause und gerade in einer Bergregion, wie ich hier wohne, ist es sehr wichtig, dass die Börter, die weit hoch in die Berge gehen, auch wirklich bewirtschaftet werden. Und das ist die Landwirtschaft, die dort wirklich auch einen wichtigen Teil dazu beiträgt, dass es hier so schön ist und so schön bleibt, wie es heute ist.